Jo Moin Leute, herzlich Willkommen zu diesem Prediction zur Woche 11 der ERIMA GFL Season 2020 Wenn die 3 Sons haben, nicht einwandeln, los geht alle Spieler live auf sportdeutschland.tv und kostenlos in der sportdeutschland.tv kann es sein? Heute um 15 Uhr Berlin Rebels schlagen die Kielbeute Hurrikan 35.35 Die Straubing Spiders unterliegen die Schwebelschall Unicorn mit 15.33 Die dritten Monarch unterliegen die Frauen zu Eiger New York allein mit 13.21 Dann um 17 Uhr die Saarland Hurricanes schlagen die Marburg Mercendaries 21.16 Dann und morgen um 15 Uhr Paderborn Dolphins gegen Potsdam Royce Das ganze geht 13.10 auf nach Overtum für den Paderborn Dolphins herzlichen Glückwunsch Und Allgäu Kommerz schlagen die Ravensburg Weserbeck 56.10 Rund einer Bi-Week kamen die Berlin Adler, Munich Cowboys und die Ingolstadt Dukes So das war's von der Woche 11 mit den Predictions und der Bi-Week für die ERIMA GFL Season 2020 Free Saison 2023 mit den Predictions So wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Räumen hier nach oben da Vergesst kein Abo, dann nehme ich das Glöckchen, das nie vergessen soll gewinnen Dann verpasst dir keine Benachrichtigungen auf diesem Channel Und bis danach, ciao! Bis zum nächsten Mal!